neuer morgen im park und damit herzlich willkommen meine freunde zu einer neuen folge mit dem krieg das ist glücklich ausgegangen es hätte auch komplett anders ausgehen immer noch auf der wir brauchen immer noch level 6 das werden wir jetzt erreichen und da ist es können von den europäischen fleisch wie sieht der aus ein eisenwohle wir gucken sind es noch ich würde sagen ein wie gehen in dieser wand wir bleiben in der savannah haben jetzt alle sachen die wir brauchen wollten wir zum beispiel auch noch so sachen wie oder keine ahnung was brauchen wenn wir das hier machen wir starten einmal ganz frisch in der savannah wir hüpfen einmal hier also wie gesagt wir sind level 6 wir haben jetzt aber wir brauchen jeder das ist die jahre für welche noch keine jahre gesehen und allerdings jetzt in die ecke in die seite und ich würde mal sagen hier sagen hier vorne auf der ecke mittelbare nachbarschaft der burg wenn die schon so ein bisschen sollten wir haben noch besser wir gehen hier oben auf den berg nämlich in den berg auch gleichzeitig aus dem oder wir nutzen da hinten einfach auch die hier ist doch wunderbar oder nicht auf dieser höhe das bedeutet wir werden hier oben erstmal alles abholzen was abgeholzt werden muss und wir werden als allererstes rüstung machen wir ein bisschen protection wenn erstmal alle wichtig sachen wir werden erstmal alles hier rein schmeißen dann gehen einmal hier und ja wir werden auch dementsprechend und ruhe und auch ich glaube dass hier werde ich aber auch teilweise offline machen weil es jetzt glaube ich nichts wo an so an das anzuschauen jetzt hier eine ganze einen halben berg hier daher denke ich machen wir das dann also machen wir hier natürlich jetzt ein bisschen was in der folge da haben wir gesagt unsere nachbarn auch wie schön mal gespannt wenn der übel mal vorbeikommt wir brauchen oder sagen wir bleiben noch ein bisschen natural wir nehmen bisschen was mit so wie es halbwegs hier möglich ist und wenn ich die möglichkeit haben könnte dann würde ich sogar weil das ist einfach richtig edel in weißen stein baust ob ich das aber wir haben dich ja auch ein bisschen was wir müssen aber wenn es so ist wertigkeit mussten und rochstoffe werden auch gesammelt ich gerade gesagt habe alles hier einschmelzen müssen brauchen wir das wird aber auch bedeuten dass wir regelmäßigen abständen wir arbeiten wir uns mühselig durch eventuelle monster fallen keine ahnung was auch wieder ausgeben es wird selbstverständlich das ziel der hat das wird natürlich unser ziel bleiben hier ist natürlich auch nicht direkt alles wir haben aus sagen hier ist ich mach ich 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 und es wird dunkel nein ach ich bin nach aber ich sehe gerade ich habe gerade die bett noch hin alten hütte hinten haben hoffe ich das funktioniert oh mein gott leute endlich wir schlafen einmal hier quasi auf der baustelle du würdest einfach mal hier betiteln ja ich kann gerade nach cave so uber das war eben richtig hier alles am baum genau auf dem bau geht immer heißt wir müssen hier auch noch ein bisschen aufbinden wo das macht ich sage mal so schön bau kommt natürlich war so dass wir zumindest jetzt hier schon mal die wichtigsten punkte abgestockt haben auch hier in der höhe das alles wird dann das wird dann alles hier dann auch mit allen sachen die wir dann haben auch gefüllt wie gesagt ich möchte hier grundlegend viel mit marmor bauen das hier ist jetzt die höhe ja genau bis hier hin bis fährt ja noch noch lebst du das wird sich aber auch ändern aber auch kein das war es dann mit der heutigen folge ich werde wie gesagt hier einmal alles offscreen abarbeiten sägen in der nächsten folge wieder wenn hier alles begradigt ist dass wir eine schöne gerade fläche haben auf der wir bauen können und ja bleibt gesund lasst gerne eine bewertung da und wir sehen uns im nächsten mal wieder von minecraft und ador 50 bis dann ciao